Nach der Meisterschaftsfeier der Dortmunder am Wochenende wurde nicht nur in Deutschland und Europa schwarz-gelb gefeiert. Die Welle schwackte bis nach Sambia rüber. Hallo, mein Name ist Tobias Fuchs, ich bin großer BVB-Fan. Momentan mache ich hier mein freiwilliges Soziales Jahr in Sambia. Kann daher leider der Meisterschaftsfeier nicht weihonen. Aber ich habe auch einen kleinen Beitrag organisiert hier in meiner Schule. Ich bin großer BVB-Fan.